Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video von Leute, Leute, Leute Ich bin hier im Undercover Crack Style 2.0 Ich sehe aus wie eine Leiche, ich fühle mich wie eine Leiche Einfach total abgefuckt Es ist Sonntag, 12. Oktober Viertel vor 3 Das heißt 13 Days Out Die Vorwahlen werden da schon durch sein Und ich bin auch durch, Leute Mir geht es so verschissen Ich habe keine Energie mehr Ich muss mich ständig hinsetzen Ich kann euch sagen Diese Wettkampfvorbereitung war noch mal viel härter als die letzte Ich habe auch noch mehr Einsatz gegeben Zwei Trainings über fast 10,5 Monate Ich habe wirklich alles gegeben Aber ich kann euch eins sagen Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt Die mentale Stärke Ihr dürft das nie unterschätzen Was euer Kopf, euer Geist, eure Denkweise Was die alles bewirken kann Wenn ihr es wirklich ernst meint Und euch den Arsch aufreißt Auch wenn ihr nicht mehr könnt Hier oben Das ist euer Feind Den hier Euch selbst müsst ihr besiegen Und dann steht euch gar nichts im Weg Ihr könnt alles erreichen Wenn ihr wirklich dabei seid Wenn ihr es wollt Und wenn ihr hier oben Die Macht über euren Kopf habt Mir gehen tausend Gedanken durch den Kopf Tausend Cheatmails Während dem Training Alles brennt mir Leute Ich beim Rückentraining Selbst mit den Versagrips Meine Unterarme brennen wie die Hölle Aber Hier oben Schmerz ist nur hier oben Ausblenden Ausschalten Und weitermachen Just keep going Und wenn ich das kann Könnt ihr das auch Ich möchte euch Wirklich nochmal danken Für den ganzen Support Leute Das soll wirklich nur ein kleines Video werden Ich bin euch unendlich dankbar Wenn ihr nicht wert Würde es Ja Wäre es noch viel schwerer Ich bin euch unendlich dankbar Leute Wirklich von ganzem Herzen Dieser Support ist echt geil Und So wie ihr mich motiviert Möchte ich euch motivieren Ich werde am Wettkampf Alles geben Auch für euch Um euch stolz zu machen Auch die Pro Bro Army Zu vertreten Und in dem Sinne Noch allen Athleten Die jetzt vielleicht Dieses Video sehen Ich wünsche euch Viel Viel Erfolg Viel Stärke Ich wünsche euch Nur das Beste Zieht es noch durch Leute Wir haben nur noch 13 Tage vor uns Und dann können wir Diese harte Arbeit genießen Uns präsentieren Und es wird sich Auf jeden Fall lohnen Bleibt dran Einfach dranbleiben Leute Ich bin durch Ich kann jetzt Essen Mit der Familie Chillen Wieder mal runterkommen Abwechslung Leute Ihr müsst auch mal Das ganze vergessen Und eine gute Zeit haben Ich wünsche euch Einen schönen Tag Schönen Sonntag Bis zum nächsten Video Adios Amigos Bis zum nächsten Video